Große Fail bei der Funko-Pop-Partnerschaft mit Vivi zusammen. Gibt es doch dort hier keine MINT-Nummern auf den Collectibles selber. Unter anderem sprechen wir auf jeden Fall über das nächste Comic von Marvel, was auf der Vivi-App droppen wird. Und wir schauen uns an, was den Omi so bewegt hat. Das und auch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Ich bin es, dein Captain, dein Vivi-Uchi mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge spannender und auch interessanter Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir jetzt auch direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, rein starten tun wir an dieser Stelle mit einem sehr wichtigen Thema meiner Meinung nach. Und zwar nämlich den Funko-Pops. Denn dort gibt es momentan sehr, sehr viele unterschiedlichste Stimmen, dass auf den Fidgetals bzw. auf den physischen Produkten hier keine MINT-Nummern stehen. Und sollte das sich wirklich bewahrheiten, ich werde ja auch welche bekommen und diese auf jeden Fall auch gründlich absuchen danach, dann wäre das eigentlich schon ein ziemlich großer Fail, das eigentlich so ein bisschen kommuniziert wurde, dass auch auf den physischen Collectibles eine MINT-Nummer stehen wird. Bei den digitalen ist es einfach nachzuvollziehen über die MINT-Nummer, die halt generell immer bei den Collectibles dazusteht. Bei den physischen wäre es natürlich auch eigentlich eine sehr coole Aktion gewesen, wenn diese wirklich auch mit draufstehen würden. Das ist aber natürlich an dieser Stelle bis jetzt auch erstmal nur so ein bisschen, ja die einen sagen, ja da weiß man aber noch nicht, trollen die jetzt nur rum oder, ja das ist momentan etwas verwirrend teilweise. Nichtsdestotrotz sollten hier keine MINT-Nummern draufstehen, stellt sich natürlich die Frage, wer ist verantwortlich für diese Aktion. Denn eigentlich macht es ja schon Sinn, das Ganze hier dann auch zu matchen mit der richtigen MINT. Und da muss ich ganz klar sagen, liegt die Verantwortung dann eigentlich bei den Produzenten. Und das ist halt einfach Funko Pop bzw. wahrscheinlich auch Marvel, die da einfach in Kombination irgendwie ein bisschen was vergessen haben. Und zwar nämlich die MINT-Nummern. Vivi trägt an dieser Stelle meiner Meinung nach hier wirklich keine Schuld, wenn überhaupt in Sachen Kommunikation. Ansonsten finde ich jedenfalls, haben sie hier nichts falsch gemacht, denn sie ist nicht für die Produktion zuständig. Und von daher auch nicht für diesen Fehler. Kommen wir aber zu einem weiteren Thema und zwar nämlich dem nächsten Comicjob von Marvel. Auf der Vivi App und der unterscheidet sich enorm von allen bisherigen Comicjobs, die wir von Marvel gesehen haben. Denn Marvel bringt hier etwas komplett Neues in Richtung Comics und zwar nämlich Bloodstone Hashtag 1 aus dem Jahre 2001. Und das hat tatsächlich nichts mit dem Marvel-Universum insgesamt zu tun, also das heißt mit Iron Man oder auch Hulk oder sonst was in die Richtung, sondern es ist tatsächlich eine eigene Comic-Reihe. Und das ist interessant, dass Marvel jetzt hier auch mit Vivi zusammen diesen Schritt geht und sagt, Hey, wir bringen jetzt auch solche Comics ins Digitale. Und das könnte auch sehr spannend sein, einfach aus dem Grund, weil wir natürlich dadurch auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe aus dem Marvel-Universum, beziehungsweise aus der Marvel-Community bekommen. Wenn wir uns jetzt den ganzen Job mal anschauen, den ganzen Job bekommen, nämlich am Donnerstag, dem 26. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit mit der First Opinion of Elsa Bloodstone. Ich werde jetzt hier aber auf das Comic auch selber nicht nochmal weiter eingehen, bis auf die Go-Collect-Details, die wir uns anschauen. Und die sehen tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt auf jeden Fall deutlich schlechtere Dinge. Hier haben wir eine neue Punkt 8 mit 670 Grades und einen Durchschnittspreis von 450 Dollar, was ich doch mal so gar nicht schlecht finde. Es ist auf jeden Fall ein Comic, was jetzt nicht super beliebt ist. Ich kann es aber an dieser Stelle auch schlecht einschätzen, aber aus dem Grund, weil ich einfach in dieser Community dort, was jedenfalls diese Bloodstone-Comics angeht, überhaupt nicht drin bin. Eventuell könnten wir darüber auch im nächsten Collector Talk nochmal sprechen. Es ist auf jeden Fall aber eine spannende Entwicklung, was Marvel hier in Kombination mit Vivi so alles rausbringt. Ansonsten eine ganz kurze Ankündigung für heute Abend, denn heute Abend um 19.30 Uhr bin ich live zu Gast, nämlich beim Vivi-Versum um 19.30 Uhr, wie gesagt, kommt sehr gerne vorbei. Unter anderem, wenn wir hier auch über die neue Comic-Con nochmal sprechen. Das heißt, wer auf jeden Fall Bock hat auf einen schönen, nicen Talk, vielleicht sogar mit einem Giveaway, dann kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Der Bitcoin ist ordentlich am Pumpen und das hat natürlich auch einen Einfluss auf unseren OMI-Token. Insgesamt sind wir gerade 7% hier im Plus. Er hat sich leider nicht so stark bewegt wie der Bitcoin selber. Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall trotzdem eine schöne Bewegung hier nach oben gesehen. Das Spannende eigentlich hier auch an dieser Bewegung ist, dass wir hier ja erstmal so eine kurze Aufwärtsphase hatten. Von dieser Zone aus sind jetzt hier dann nochmal zurückgekommen in Richtung dieser Zone, haben dann hier einmal rejected und sind dann jetzt auch mit den News über einen möglichen Bitcoin-Spot-ETF, wo die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr hoch sind, dass jetzt wirklich dann auch einer genehmigt wird. Vielleicht noch nicht zeitnah öffentlich bekannt gegeben wird, aber es ist auf jeden Fall relativ eindeutig, dass hier etwas kommen wird in Richtung Bitcoin-ETF. Und dementsprechend zieht das natürlich den gesamten Markt nach oben. Wie man hier sieht, hat es dann auch gut funktioniert. Wir sind jetzt hier gerade wieder bei den 0,0009 angelangt und werden jetzt hier auch gerade gut wieder absorbiert. Mal schauen, wie lange es jetzt hier noch nach oben geht. Sollten wir natürlich hier oben diese Resistance bei 0,03 brechen, wäre das erstmal ein sehr bullisches Zeichen. Ob wir dann noch hier weiter hoch gehen, hängt natürlich auch davon ab. Wird der Bitcoin jetzt erstmal hier noch eine Korrektur machen, hier wieder rein bestätigen oder wird der Bitcoin weiterziehen? Das ist natürlich jetzt einfach eine Sache. Ja, der FOMO hält die FOMO wirklich so lange an, um den Markt noch so viel weiter nach oben zu pushen oder ist das hier nur ein kurzer Breakout und danach kommt noch eine fettere Korrektur? Das kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Ich persönlich warte aber generell erstmal momentan ab. Hier bei diesen sehr schnellen und auch großen Bewegungen, denn das ist mir dann doch etwas zu heiß. Ansonsten gibt es heute Abend noch um 20 Uhr deutscher Zeit ein Twitter-Space, wo unter anderem auch die Collectibles für die nächsten Tage angekündigt werden. The Incredibles and Halloween Drops and so much more. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall einige sehr interessante Jobs anscheinend sehen über die Halloween-Zeit. Dementsprechend, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde euch natürlich dann morgen darüber auf dem Laufenden halten. Ansonsten gibt es auch noch den letzten Pencil-Job hier von der Aladdin-Series. Dieser ist jetzt in eurer Wallet. Ihr könnt ihn jetzt verkaufen oder auch weiter halten. Wir haben jetzt noch nicht die Crafting-Funktion freigeschaltet bekommen. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass wir heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit im Twitter-Space darüber mehr erfahren könnten, wann das Crafting beginnt und was vielleicht auch mit dem Table möglich sein kann. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.